Ganz, ganz tolle Husky-Hündin. Sie sei leider sehr dünn ist und sie hat deutliche Hinterhandprobleme. Wir versuchen sie jetzt so ein bisschen, dass man es sieht. Sie läuft sehr breitbeinig und das liegt nicht nur an der Scheiße auf dem Boden. Sehr, sehr zutraulich. Ganz, ganz toll. Sie kann gut laufen, aber sie wird in irgendeiner Form hinten eine größere Baustelle haben. Ne, Süße? Du bist toll. Du bist so toll. Ganz, ganz tolle Hündin, die sich auch ziemlich gut mit den anderen versteht.